Hi, ich bin Kevin Kiefer, Juniorchef der Spielzeugen Gideon Kiefer. Uns gibt es seit 1997. Schwerwiegend haben wir Fernverkehrstouren nach Frankreich und Spanien. Wir sitzen in Borken. Das ist unser Firmsitz in Münsterland. Auf die Schaknad Elektronik bin ich bzw. wir die Spielzeugen Kiefer gekommen durch eine befreundete Partnerspedition, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. Dann habe ich mit Peter telefoniert, ganz umgänglich, super einfach. Dann kam er mal rum, hat ein Fahrzeug von uns optimiert. Daraufhin waren wir sehr zufrieden. Ein paar Monate später folgten die nächsten Fahrzeuge und nun ist halt fast der komplette Fuhrpark optimiert vom Peter Schaknad. Sparen ist ein sehr großer Faktor bei uns, das absolut eco ist. Und zwar ca. 2 bis 3 Liter pro Fahrzeug. Da unsere Fahrzeuge rein im Fernverkehr tätig sind, macht das eine hohe Summe aus. Am Tag alleine schon. Also bei den heutigen Spritpreisen etwa 15 bis 25 Euro pro Fahrzeug, pro Tag, was erspart wird. Das ist auf Dauer eine Menge Geld. Und der Fahrer hat natürlich noch einen Fun-Fact. Die Zusammenarbeit mit Chuck Light Elektronik ist sehr einfach, unkompliziert. Einfach Peter anrufen, ruft sofort zurück, wenn man nicht direkt einen am Apparat hat. Da wir mittlerweile zwölf Fahrzeuge haben, jetzt zwei neue noch dabei kommen, ist das für uns ein großer Kostenpunkt eben. Wir haben nur Scania V8 Motoren, nur die schweren Fahrzeuge für hohe Gewichtsklassen, die wir wöchentlich transportieren. Und das eben hohe Kilometerlaufleistung mit Kraftstoffsparen, Fun-Fact für den Fahrer, ist alles sehr wichtig und das ist sehr einfach und unkompliziert. Da ich meine Ausbildung und jetzt letztendlich rund zehn Jahre bei Scania verbracht hatte und dann jetzt seit drei bis vier Jahren bei uns im Betrieb tätig bin, kenne ich mich eben mit der Materie sehr gut aus, weiß, dass das, was der Peter sagt und optimiert, auch tatsächlich so ist, dass es kein Humbug ist oder so weiter. Deswegen habe ich schon vielen Spediteuren oder anderen Firmen, die ich kannte oder die mich kannten, eben den Peter weiter empfohlen, sind sehr zufrieden auch. Und das Ganze ist einfach eine super Sache für alle, sowohl Fahrer, Unternehmer und für den Peter natürlich selbst auch. Und ich wüsste jetzt keinen, der unzufrieden ist bis jetzt.